Nummer 147, den Akko Mensa, der Startnummer 171 und mit der 180, den Nico Spedicato. So, eine Vorderdrehung nach rechts. Eine Vorderdrehung zur Rückenansicht. Eine Vorderdrehung nach rechts. Und nochmals eine Vorderdrehung zur Frontansicht. Schön, Nico. So, wir wechseln einmal durch, weil die Kampfrichter haben es gerade, glaube ich, nicht...